Mein Arbeitgeber ist die oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH. Mein Arbeitgeber ist die oberösterreichische Gesundheitsholding. Meine Position ist Medizintechniker und im ganzen Haus unterwegs und kümmert mich um alle Geräte. Mein Aufgabenbereich ist die Personalverwaltung. Zu mir kommen alle neuen Mitarbeiter, die bei uns in der Unternehmensleitung beginnen. Ich arbeite im medizinischen Schreibdienst. Wir sind hauptsächlich verantwortlich für die zeitgerechte Befundschreibung. Wir arbeiten auch in der Leitstelle, sind da verantwortlich für die Patientenadministration, arbeiten dort Hand in Hand mit dem Pflegepersonal und mit den Ärzten, sind Ansprechpartner für Patienten und die Hausärzte. Der Stand der Technik ändert sich immer wieder und gerade in der Medizin ist es wichtig, dass man da einfach immer up to date bleibt. Somit arbeiten wir einfach mit dem Neuesten vom Neuen. Mein Arbeitsplatz ist ein sehr schöner Arbeitsplatz. Ich arbeite sehr gerne dort. Wir haben helle Möbel. Alles Nötige ist einfach vorhanden. Ich habe zwei Bildschirme, Laptop, Handy, alles was man halt für das Arbeiten benötigt. Mitarbeiter-Benefits gibt es unzählige. Es fängt auf von Gutscheinen für diverse Geschäfte, die man sich da einfach beim Betriebsrat holen kann. Kurse in Yoga und so weiter. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Wir sind versichert über die KfL-Versicherung, die mitunter sicher eine der besten Versicherungen ist. Zusätzlich gibt es bei uns Einkaufsvergünstigungen in verschiedene Einrichtungen, was sehr gern genutzt wird. Wir haben ein sehr breites Angebot für Fortbildungen. Wir haben auch ein eigenes Programm, das G-MIT-Programm, wo sich die Mitarbeiter die Kurse selber frei wählen können. Gerade im Bereich der Medizintechnik ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich immer weiterbildet. Mein Arbeitgeber überhäuft mir nahezu mit allen möglichen Fortbildungsmöglichkeiten. Es gibt ein großzügiges Weiterbildungsprogramm an interne und externe Fortbildungen und die einen für den beruflichen Werdegang, aber auch für die persönliche Weiterentwicklung gut nutzen kann. Oberösterreichische Gesundheitsholding steht für mich für einen sicheren Arbeitsplatz. Jeder ist da, wenn man Hilfe braucht. Und das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, dass man einfach mit den Menschen reden kann und dass das auf einer Ebene passiert. Das Arbeiten in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding bedeutet für mich ein großes gemeinsames Miteinander. Es bedeutet Zusammenhalt und dass wir uns gegenseitig unterstützen.